Grüß Gott und Hallo bei der Tübinger Telefonandacht. Heute ist Mittwoch, der 29. November. Das heutige Losungswort steht in Psalm 12. Hilf Herr, die Heiligen haben abgenommen, und treu sind wenige unter den Menschenkindern. Nun, das ist schon eher eine etwas seltsame Losung. Ein Gebet, das Gott um seine Hilfe bittet, wäre nicht ungewöhnlich. Aber hier geht es um ein Thema, mit dem man normalerweise gar nicht rechnet, wenn man die Bibel aufschlägt. Schließlich geht man ja davon aus, dass in biblischen Zeiten die Gemeinde Gottes blühte, dass damals alles noch in Ordnung war, und die Kirche bzw. im Alten Testament die Gemeinde im Tempel von Jerusalem stark und haltgebend war. So wird es doch sonst in den Psalmen beschrieben bzw. besungen. Wenn sich die Beter über den schönen Gottesdienst freuen, der im Tempel des Herrn gefeiert wird. Und dazu gehörte doch immer auch eine aufbauende Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Und jetzt das hier. Die Heiligen haben abgenommen, nur wenige sind treu. Es geht hier natürlich nicht um Heilige, wie wir sie in älteren katholischen Kirchen verehrt finden. Nicht um einzelne herausgehobene Persönlichkeiten, die wegen ihrer besonderen Heiligkeit dann auf einen Sockel gestellt werden. Nein, gemeint sind hier mit den Heiligen schlicht Menschen, die sich zu Gott halten. Die sich von Gott leiten und beschenken lassen. Kurz, die sich von ihm heiligen lassen. Also ihr Heil und ihr Glück in Gott suchen. Und die werden immer weniger, klagt der Psalmbeter. Und bittet Gott um Hilfe. Natürlich können wir uns dieses Gebet zu eigen machen. Denn wem geht es nicht so, der sich zur Gemeinde Gottes hält und sich dann am Sonntagmorgen umschaut, weil mal wieder so viele Plätze in der Kirche freigeblieben sind. Und wenn eine bestimmte Anzahl unterschritten wird, dann haben diejenigen, die zum Gottesdienst gehen, das innere Unbehagen, womöglich im falschen Film zu sitzen, wenn ich das mal mit dem Kino vergleichen darf. Mache ich was falsch, wenn ich jetzt hier bin und die vielen anderen woanders? Ich erinnere mich noch gut an jenen Moment, als ich einmal recht spät abends mit der Bahn unterwegs war und mich dann bei einem Anschlusszug wunderte, warum sonst niemand dort im Waggon saß. Zum Glück merkte ich es gerade noch rechtzeitig, bevor der volle Zug, der auf dem Nebengleis stand, sich in Bewegung setzte. Dieses Gefühl, am falschen Ort zu sein, kann sich auch in Gottesdiensten einstellen. Wie gesagt, wenn man zur kleinen Minderheit verkommt. Nun, ich möchte zwei Gedanken aus dem Losungsbuch für diesen heutigen Tag mitnehmen. Zum einen, die hatten damals offensichtlich auch schon das Problem, nämlich das Problem, in der Minderheit zu sein. Also sollten wir uns davon nicht kirre machen lassen. Wo steht eigentlich in der Bibel geschrieben, dass sich im Blick auf die Wahrheit des Glaubens immer die Mehrheitsmeinung durchsetzt? Ist nicht gerade das Alte Testament mit dem winzig kleinen Volk Israel ein sprechendes Beispiel dafür, dass die Wahrheitsfrage nicht durch eine Abstimmung mit den Füßen beantwortet wird? Nicht das ist richtig, was möglichst viele für richtig halten oder wo möglichst viele gerne hingehen. Nein, nur das ist wahr, was von dem einen bestimmt ist, nämlich dem, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und ein zweiter Gedanke. Wir sollten uns nicht mit der kleinen Zahl nur zufrieden geben. Hilf, Herr, es sind zu wenige. Und das ist ein gutes Gebet. Nicht in einem verunsicherten, weinerlichen Stil sollen wir das beten, sondern mit der Dynamik von Christen, die auch andere für die Freude am Evangelium Jesu Christi erreichen möchten. Wir wollen doch eine einladende, eine missionarische Kirche sein. Denn wir haben die schönste Botschaft der Welt. Und diese Botschaft verbreitet Hoffnung. Die brauchen wir mehr denn je, weil sie uns zu Heiligen macht, zu Menschen, die auf das Heil Gottes zugehen. So grüßt Sie herzlich aus Gomeringen, Ihr Pfarrer Peter Rostan. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020